Wasserstoffanlagen sind als Alternative zu Gas in aller Munde, insbesondere bei gewerblichen Betriebsanlagen oder Industrieanlagen wird aktuell heiß diskutiert, wie man derartige Anlagen genehmigt. Damit möchte ich mich in meinem heutigen 3 Minuten Umweltrechtsvideo etwas genau auseinandersetzen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist David Sucheneck von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber & Partner, mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Wie schon angekündigt, setze ich mich heute mit Wasserstoffanlagen auseinander. Wie Sie sicher schon öfters gehört haben, ist das österreichische Anlagenrechtsregime etwas zersplittert. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Behörden mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und unterschiedlichen Genehmigungsmaterien. Doch wie kommt man in diesem Dschungel an Genehmigungsmaterien zurecht? Zunächst sollte man einmal unterscheiden, um welche Art der Anlage es sich handelt. Handelt es sich um eine Wasserstofferzeugung? Handelt es sich um eine Leitungsanlage oder möglicherweise sogar um einen Wasserstoffspeicher? All dies ist einmal ein relevantes Kriterium für die Frage, welches Anlagenregime hier dann zur Anwendung kommt. Beginnen wir vielleicht mit einem einfacheren Fall. Eine Wasserstofferzeugungsanlage mitsamt Leitungsanlagen, die einer gewerblichen Anlage dient oder einem Produktionsbetrieb oder einer Industrieanlage. Hier wird man annehmen können, dass auch die Wasserstofferzeugungsanlage dem Zweck der gewerblichen Betriebsanlage dient und daher nach dem Gewerberecht zu genehmigen ist. Komplizierter wird es dann bei den Leitungen. Hier stellt sich vor allem die Frage, ob das Gaswirtschaftsgesetz zur Anwendung kommt oder nicht und bei den Speichern gibt es auch einige Diskussionen über das anzuwendende Genehmigungsregime. Aber Achtung, bevor Sie nun über bestimmte Materiengesetze nachdenken, also wie gesagt Gewerbeordnung, möglicherweise Elektrizitätsgesetze, der Länder, die hier ja in Frage kommen, sollten Sie zunächst immer die UVB-Pflicht eines Projekts prüfen. Auch das UVB-Pflicht sieht nämlich Tatbestände für Wasserstofflagerung und Erzeugungsanlagen vor. So ist hier zum Beispiel zu nennen die Herstellung von, also so ist es genannt, organischen Grundchemikalien durch chemische Umwandlung und hier haben Sie zum Beispiel einen Schwellenwert von 150.000 Tonnen pro Jahr. Oder hinsichtlich der Lagerung von Wasserstoff gibt es einen Tatbestand für 200.000 Kubikmeter. Doch das ist noch nicht genug. Es gibt auch noch Tatbestände, die Sie UVB-Pflichtig machen können, auch wenn die Antiserschwellenwerte eben nicht erreicht sind, wie zum Beispiel für Rodungen.